Do you have further questions? Do you speak German? Aber natürlich. Guten Tag, ich bin Fanny. Bitte achten Sie darauf, dass Sie auf den Fußabdrücken vor mir stehen. Wie kann ich Ihnen bewirft es sein? Welche Fragen kann ich nicht fragen? Ich bin hier, um Ihnen mit Flug- und Flughafeninformationen zu helfen. Möchten Sie mir darüber wissen? Ja, okay. Bitte nennen Sie mir Ihre Flugnummer. Okay, ich möchte nach Berlin. Entschuldigung, dafür brauche ich Ihre Abflugszeit oder Flugnummer. Bitte überprüfen Sie noch einmal Ihre Angaben. Ich fliege um 18 Uhr heute. Vielen Dank. Einen Moment bitte. Zu dieser Uhrzeit gibt es Lufthansa 194 und Lufthansa 196 nach Berlin. Welche Flugnummer meinen Sie? 194. Eine Sekunde bitte. Der Flugsteig für Ihren Lufthansa-Flug LH194 nach Berlin-Tegel ist A13. Wie komme ich dorthin? Sie sind im Bereich Dragszeit B. Ihr Flugsteig A13 befindet sich in einem anderen Bereich. Bitte folgen Sie der Beschilderung nach Halle A zu A13. Haben Sie noch eine weitere Frage? Ja, wie lange brauche ich bis dorthin? Da sich der Flugsteig außerhalb dieses Bereiches befindet, kann ich Ihnen keine genaue Wegzeit nennen. Okay, ich fühle Dein Gesicht super schön. Der Flugsteig für Ihren Lufthansa-Flug LH194 nach Berlin-Tegel ist A13. Haben Sie noch eine weitere Frage? Ja, Freddy. Deine Stimme ist schön. Danke, ich weiß das zu schätzen. Super. Danke schön. Tschüss. Vielen Dank. Bitte bewerten Sie mich mit einem der Knöpfe.